Hallo, ich bin Jasmin, Produktentwicklerin bei Wildes Land. Wir heißen übrigens nicht nur Wildes Land, unsere Produkte sind auch richtig wild. Also weniger so wild, eher so wild. Bei uns von Wildes Land steht Fleisch an erster Stelle, deswegen haben all unsere Produkte einen sehr hohen Fleischanteil. Denn auch unsere Vierbeiner sind vor allem eins, echte Fleischfresser. Auch Getreide oder Gluten findet ihr in unseren Produkten nicht. Denn die ursprüngliche Ernährung eurer Vierbeiner hatte ebenfalls kein Getreide oder Gluten. Die hohe Qualität der Zutaten und der sehr hohe Fleischanteil sorgen für eine hohe Akzeptanz. Euren Lieblingen schmeckt es also richtig gut. Selbst die pingeligste Katze kann bei so viel Fleisch nicht Nein sagen. Ergänzt werden unsere Produkte durch wertvolle Wildkräuter wie zum Beispiel Rosmarin. So spiegeln unsere Produkte durch einen sehr hohen Fleischanteil kein Getreide oder Gluten und wertvolle Wildkräuter die Kraft der Natur wieder.